So, der Glücklich ist endlich angekommen und meine andere Tuse auch. Hm. Hm. Beweg dich, Kackarmee. So, der Glücklich ist. Die, 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 die. Danke, äh, herzlichen Glückwunsch mal vor. Danke, äh, herzlichen Glückwunsch. Oh, meine Frau ist schwanger. Was, ich habe das Dorf gerettet? Wie stürzt ab? Es ist durcheinander. Ich wollte das Dorf raiden. Wie habe ich das Dorf gerettet? Oh. Ja, dann schade ich mal einfach die Aufnahme jetzt. Äh, ich hoffe, ich habe das VOD vorgelegt vor dieser Folge und vergesse das nicht. Ansonsten, ja, ich habe meine Siedlung durch einen wundervollen Schachzug, ohne dass ich jetzt irgendwem ange-, also, ohne dass ich jetzt zu irgendwem gehöre, ist einfach alles ein Traum. So, Miliz trainieren. Wohlstandsveränderung. Ach komm, alles hoch. Und man kann inzwischen alle als Gouverneur auch angeben. Wie kann man denn bloß vergessen, die Aufnahme zu starten? Man kann das vergessen. Ähm, indem man es einfach vergisst. Was soll ich dazu sagen? Ist halt so. So, die Siedlung brennt. Beim aktuellen Balancing des Spiels kannst du nur Savegames nutzen bei manchen Situationen. Nein, ich habe nicht die Aufnahme wegen Alzheimer vergessen, sondern weil das Spiel abgestürzt ist, ich die Aufnahme kurz gestoppt habe und als ich weitergemacht habe, habe ich die Aufnahme nicht wieder gestartet. Das kann halt passieren. Vor allem um zwei Uhr nachts kann sowas mal passieren. Ich denke mal, so wie ich es jetzt gemacht habe, habe ich nicht zu viele verärgert. Hoffe ich. Beim letzten Mal habe ich zu viele verärgert. Beim Gründen... Ach, keine Ahnung. Letztes Mal war wirklich... Heftig. Ach, scheiße. Verklickt. Komm her. Rede mit mir. Ja. Ich mache das hier. Das ist hier. Okay. Ich mache das hier. Gut, das Versteck scheint nicht groß zu sein. sein. Und ich habe ja auch nur Standard-Truppen. Das wird ein Spaß. Buh, 2000. Und ja, ich muss noch meinen eigenen Königreich gründen gleich. Aber ich brauche halt die 100 Truppen dafür. Toll, ein Gebirgsjäger hängt hier irgendwo rum. Sehr schön, Eltron. Du hast 12 Stunden heute gespielt. Das habe ich nicht. Ich habe vielleicht 8, wenn ich nachher aufhöre. Ach, wir haben schon wieder fast 3 Uhr. Die Krone ist natürlich nicht von Burger King, weil die Burger King-Kronen halt voll scheiße sind. Jedenfalls die, die ich kenne. Eines Tages wurde ich mir eine richtig ordentliche Krone. Ach, KFC. Ich glaube, die Krone war wirklich besser bei KFC. Kennt ihr mal ein gutes, günstiges Spülmittel? Ich habe letztendlich die Hausmarke von Aldi mitgenommen, weil lustigerweise habe ich damals bei Rewe immer Klorreiniger geholt. Nicht Klorreiniger, sondern WC-Reiniger. Und ich hatte bei mir so eine richtig schlimme Ablagerung. Und die gingen halt nie weg. Da habe ich von Aldi die Hausmarke geholt. Das hat super funktioniert. Und beim Spülen... Und beim Spülen habe ich gedacht, das wäre genauso. Weil da habe ich normalerweise die Billig-Tabs von Rewe geholt. Früher immer. Aber die sind halt scheiße. Ja. Jetzt habe ich das Pulver Hausmarke von Aldi geholt, aber das ist auch scheiße. Für Spülmaschine. Schöne Themen, ne? Genau richtig für 3 Uhr nachts. Meine Frau hat ein Level abbekommen. Dann kann ich diesmal sogar eine Imperiale Fraktion schaffen. Themen, die die Welt braucht. Ja, ohne Kack. Auch wenn natürlich auf der Aldi-Hausmarke vom WC-Reiniger 8000 Warnsymbole drauf sind, hat er alles aus meinem Klo weggesetzt. Könnten wir ein Aldi in Calradia. Alles ist giftig. Ist ja nicht so, dass ich den Hund aus dem Klo trinken lasse. Was gut hilft, ist zum Beispiel die Reinigungstabletten für die Zähne. Mach damit mein Klo sauber. Ist das nicht teuer? Diese Reinigungstabletten für die Dritten? Okay, gibt auch billige. 5,9. Weil er denkt, ich würde eine Herde transportieren, weil ich zu viele Berittner, also beziehungsweise zu viele Wie heißt das? Tiere mithabe. 3,90 Euro für 99 Stück. Ja. Ich bin gerade so schwach zu schreiben, warum man das Spiel gerade auf Deutsch spielen kann. Beziehungsweise warum ich das auf Deutsch habe. Nein. Falsch. Ah, falsche Antwort. Ramezan. Deshalb kann ich es nur schon spielen. Alinet ist wieder schwanger. Moment. Ich bin irritiert. Ist sie jetzt doppelt schwanger? Kam nicht so eine Nachricht schon? Ach, das ist wahrscheinlich wegen den Savegames kollidiert. Wie kann es diese Antwort geben, wenn ich wieder gefragt werde, warum ich irgendwas vorm Release spielen kann? Okay. Dann ist die richtige Antwort, weil ich Schwänze lutsche. Habe ich mir in meinem Buch geschrieben, dich dann an deinen Alzheimer zu erinnern. Man macht keine Witze über Alzheimer. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man irgendetwas isst, darf man nicht automatisch darüber Witze machen. Also ob Pflegekraft oder äh, ich darf darüber Witze machen, weil ich behindert bin. Deshalb darf ich Behinderte beleidigen oder was? Wenn ich fett bin, darf ich fetten Witze machen. Wenn ich nur ein Auge habe... Ne, wenn ich blind bin, darf ich Witze über Blinde machen. Die Rüstungen der Grünen sind geil. Sie sehen eins zu eins aus wie die von den Galliern. Ich weiß es nicht. Ach, für die Paar, ey. Da ist eine richtige Truppe. Mein Gott, sind meine Leute schäbig. 24 Verwundete, wenn ich gegen irgendwelche billigen Plünderer kämpfe. 25어에 Egipton. 45 Ja und das Imperium ist doch römisch angehaucht. Noch da ganz rechts unten, na gut, mal ganz kurz das Versteck hier kaputt machen. Und den Banner nachher mal überarbeiten. Wie finden Sie das Micromanagement in M und B2? Achso, in M und Banner. Was meinst du mit Micromanagement? Truppenbefähigung? Truppenbefähigung ist schrecklich. Da hätten Sie sich mal was neues einfallen lassen können, wie man es besser macht. Ah, das habe ich schon häufiger erwähnt. Habe ich plötzlich, achso, ich habe gerade so gedacht, ich muss langsam ins Bett. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum sitze ich denn nicht auf dem Pferd? Jetzt bin ich auch in der Stimmung, dass ich sagen kann. Also der Rome-Mod sieht halt interessant aus für mich, natürlich, weil ich ja auch ein Total War-Spieler, sag ich mal, bin. Zwar schon ein bisschen länger pausiert, aber Rome 2 war immer noch mein liebstes Total War der letzten Jahre. Auch wenn natürlich folgende Total Wars viele schöne Neuigkeiten, also neue Sachen mit reingebracht haben. Aber Rome 2 war halt schon mein Creme de la Creme-Spiel. Erstmal kommt Troi. Aber ich glaube, Troi wird auch ganz cool. Weil ich muss sagen, dass, äh, das Chinesische war eigentlich ganz, also ich, das Chinesische ist von den Mechaniken richtig gut geworden. Aber du hast halt nicht so den Bezug. Wie, sag ich mal, irgendein Total War, was schon so ein paar europäische Fraktionen hat. Und Troi könnte eigentlich ganz cool sein. Weil es halt schon ein bisschen zeitlich wieder in die Zeit von Rome geht. Ja, ich denke, Warhammer 3 wird eine Sache fürs nächste Jahr. Ja, ich denke, Warhammer 3 wird eine Sache fürs nächste Jahr. Das hier wäre ein MMO. Das Problem ist einfach, also ich kenne, es gibt ja, sag ich mal, sowas wie ein Stellaris-MMO. Mir fällt gerade nicht ein der Name, aber ich habe es mal eine Zeit lang ein paar Tage getestet. Und dann musst du halt immer alle paar Stunden reingehen, ein paar Befehle geben. Ist aber alles echt Zeit. Das Problem ist, selbst wenn du das hier als MMO machen würdest, wie balanzierst du das? Das ist es unglaublich schwierig, weil Zeit, Investition ja dich voranbringt, massiv. Und das finde ich auch immer schwierig bei diesen ganzen Browserspielen. Wenn du nicht die ganze Zeit davor bist und deine, zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Befehle zu geben, hast du eigentlich später keine Chance mehr. Außer du gehörst irgendwie zur größten Gilde, in der dein Vater ist. Und der schützt dich dann. Verdammt. Ich wollte die Plünderer haben. Bei Warhammer 3 wird erstmal Warhammer 3 kommen. Und dann werden, äh, wird die Karte zusammengelegt. Ach so. Das seid ihr. Die habt auch, die haben auch gegen Rot im Moment Krieg. Anscheinend. Oder? Wer war da vorher? Ah ne, das war, ach, das war Imperium. Jetzt wollen sie es mir extra schwer machen, das Imperium zu stürzen. Oder soll ich lieber mit dem anderen handeln? Und eine Nicht-Imperium-Fraktion gründen. Ach, ich war ja auf dem Weg, diese dämliche Herde darunter zu bringen. Und dabei Truppen rekrutieren. Ich glaube eh, dass es egal ist. Ob dir das Imperium unterstützt oder nicht. Du machst bei beiden ja dein eigenes Reich. Ich habe die Reichsbauern vorher nur mitgenommen, weil die mir helfen werden, ähm, eine halbwegs vernünftige Cavalry aufzubauen. Ne, du müsstest, wenn du sowas als Multiplayer-Ding machst, musst du das halt unglaublich aufblähen mit der Kampagnenkarte. Oder du machst halt wirklich serverbasiert, dass nur so ein paar Leute auf der Karte rumrennen. Aber dann kannst du halt, sag ich mal, Neulinge nicht schützen, dass die abgeschlachtet werden. Irgendwo auf dem Feld. Hast du einfach dieses Balancing-Problem. Mein Lieblingsbeispiel ist einfach Ultima Online. Als das rauskam früher, gab es keine Newbie-Insel, gar nichts. Alle sind auf demselben Fleck gestartet in Britannia. Und dann standen da schon ein paar Leute, die haben dich begrüßt und haben dich abgeschlachtet und haben deine tausend Startgold genommen. Weil das halt der leichteste Weg war, Geld zu machen in Ultima Online am Anfang. Als das MMO rauskam. Was ist das? Was ist das? Ich hab schon ein Spiel neu begonnen und ich mach schon einige Sachen anders Zum Beispiel, dass ich wie Gott verantwortlich dafür bin eine Balance zu halten Schau! Hau! Ja! Ja! Nein! Ja! 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 Heaven be praised! Ja! 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 Hm Müssten alle bessere haben also bessere Ausrüstung Plünderer! Mehr Plünderer! Ultima Online war schon ne coole Sache Wie viele Free Shards sag ich mal später noch existiert haben Ich habe noch jahrelang auf dem Free Shard gespielt später Und ich habe auch eineinhalb Jahre einen eigenen Free Shard betrieben Sogar mit so Peak-Zeiten 60 Spielern Das ist mir aber der Server abgeraucht immer wieder Weil die Skripte die ich dafür geschrieben hatte anscheinend ein bisschen zu komplex waren zwischendurch Hat die nicht noch einen Ableger für Mythaloria? Reden wir über Ultima Online noch? Ich war Ja! Wie viel Zeit habe ich noch für die Herde? Ein Tag! Hm! Ist ja nicht so wichtig Distanz wirkt ein bisschen weit Ich habe mich auch ein bisschen ablenken lassen durch die Hideouts Das wird es eher gewesen sein Das wird es eher gewesen sein Das wird es eher gewesen sein Ich bin dann die Um 15 auf 0 verringert Ach, ein Traum. Warum auch nur kleine Schritte machen? Bei Reputation. Der sagt nicht, der hat die Schweine als Herde festgestellt. Das kann übrigens auch sein. So, dann wollen wir mal unser Königreich gründen gehen. Den will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Muss ich die eigentlich zurückbringen? Nee, ne? Wenn die Zeit abläuft und ich habe genug ausgebildete Truppen, kriegt er die einfach zurück, wenn ich mich recht entsinne. Das waren heute auch sogar mehr als 20 Grad. Ein Witcher-Mod soll übrigens auch umgesetzt werden. Macht ja auch Sinn. Also du hast ja in Witcher ja auch Königreiche, die gegeneinander kämpfen. Also man könnte es halt schon ganz gut umsetzen. Ob es dann auch Monster gibt hier irgendwo, die bekämpfen können, es mit Armeen oder sowas, weiß man ja alles noch nicht, was die überhaupt dann umsetzen können. Die Ambitionen sind immer groß und dann muss man Abstriche machen plötzlich. Oder man entwickelt etwas acht Jahre und da muss ich mir heute keine Gedanken darüber machen. Ja, der Ringe gab es ja glaube ich für den Ersten auch schon. Ich habe schon lange kein Turnier mehr mitgemacht. Täglicher Umschlag. So, Armee voll. Lass mal unsere Farbe im Banner anpassen. Ah, sehr gut. Heute ist Deus Wuhlzeit. Könnte auch ein Kamin sein. Prusades. Prusades. Death to the Heretics. Lass mal. Fifth. Vielen Dank. So, wie läuft's hier? Was macht die Garnision? 211. Ich weiß, dass man bei Plünderern keine Truppen verliert. Die werden nur verwundet, weil die Waffen der Plünderer zu schwach sind, um die zu töten. So, wie läuft's hier? So, wie läuft's hier? So, wie läuft's hier?